Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play! Resident Evil 5 100% plus alle Geheimnisse! Ja, nach einer riesengroßen Pause geht es jetzt endlich hier weiter. Ich habe jetzt alles versucht, wirklich alles versucht, um irgendwie an einem Punkt zu kommen, wie ich diese Asynchronität oder Desynchronität wegkriege. Wenn es jetzt in dieser Aufnahme nochmal passiert, wäre ich auf Fraps oder bei Fraps auf Half-Size umsetzen. Natürlich werde ich die Qualität auf Full-HD lassen, ich werde es natürlich auf Full-HD ändern, aber dann auf Half-Size umändern. Ich hoffe, euch gefällt jetzt dieser weitere Part. Wenn ich mich jetzt verschlupft anhöre, ich möchte jetzt einfach diesen Part hier zu Ende machen. Viel Spaß jetzt bei der weiteren Sequenz. Wow, perfekte, nicht wahr? Du denkst, das ist ein Lachen? Du bist nur wie alle anderen Pfeifen von Skumm-Terroristen. Oh, ich bin nicht wie sie. Ich bin ein Businessman mit Standards. cómo geht's das Ziel? Oder, вы gedu mix dir das gerne? Hurry! Suckers! It looks like Irving has a partner. There must be something here he didn't want us to see. What is it? Yes, let's go here. So, before you do something here, you have to go to Irving, but you have to go away. Yes. I think he's heading for an oil field in the Marshall Islands. Okay, I need you to go to Irving. I need you to go to Irving. Roger that. And, yeah, I have a new Xbox 360 controller, so I can now move the Waffen so fast as I can move, without me to set. So, let's do this here. We're going to take them all over. How do you do it? How do you play everyone? Come on. Who's on? We're going to get caught. How do you do it? All right. Get caught. Er hat seinen Schraubschlüssel verloren. Und da läuft noch einer zu mir. Ja. Aber diesen Treffen kann ich nicht. So, dichter hier auch noch. Sag mal, ist nicht doof? Headshot. Ich will erst mal heilen hier. Dort, ich bin voll. Let's go. Oh Gott. Ja, toll. Noch ein Sack sich an ZDG gesetzt. Nice work. Nice work. Dann gehen wir jetzt erst mal hier. Oh. Dann gehen wir jetzt erst mal hier rum. Und holen uns die Granate. Und jetzt gibt's hier ja wieder auch einen Schatz und Diamanten. Natürlich hier oben in der Truhe. Wenn man sich so doof ist, guckt man lieber überall nach, wo alles liegt. Und hier haben wir einen Diamantenbrilliant. Gut. Ich hab noch Plätze. So. Rotes Frau. Siegelt die Kursong-Munition. Hat genug. So. Haben wir denn hier die Granate. Wir nehmen doch die Granate mit. Die Trommel gehören mir. Ich bin ein bisschen erkältet. Ich wollte auch nur diese Aufnahmen nicht zu Ende bringen. Wenn sie doch noch asynchron wird, dann wird's im nächsten Part nicht mehr so sein. Und hier oben ist hier irgendwo auch einer sein. Ja. Ja, sie fliegt wieder weg hier. Okay, das Gelegge hat nicht aufgehört. Also werde ich hier jetzt nochmal einen kleinen Cut machen. Und auf Half-Sife umändern. Bis gleich her, Leute. Oder bis gleich, Leute. Schau. So, ich hab auf Half-Size gesetzt. Und siehe da, es läuft flüssig. Yay. Ja, leider muss ich Resident Evil doch nicht in brillanter Qualität bringen. Aber Hauptsache, ich hab euch das auch früher hier gezeigt. Und natürlich volles Programm. 100%. Und siehe an, es läuft brillant. Es ist einfach nur genial, was Half-Size und Full-Size ausmacht. Alle wundert euch nicht für die Qualität, für den Qualitätssturz. Auf Full-HD ist es ja noch. Bald ist es sowieso vorbei. Hab ich jetzt... Hab ich jetzt... Ja, hab ich mitgenommen. Ja, hab ich mitgenommen. Weil da hinten war ja ein Memblem. Hab ich, glaub ich, mitgenommen. Weiß ich gar nicht mehr. Ich werde dich von oben da. Gib mir deine Hand. Na gut. Ehe, du stirbst mir da oben, Herr Scherber. Ich hab's dir doch gesagt, Scherber. Na halt, das ist okay. Meins Cassini heir ab. Oh Schever, komm hierher. Hor Another. Ich kann's mich jetzt. Okay. Ich kann's nicht nur die Ich kann's nicht nur. Okay. Oh, okay. Ich hab hier irgendwie die Idioten im Diamant geklappt. Hier. Voll. Am geilsten ist, wenn die explodieren und sich gegenseitig killen. Also zwei Leute stehen nebeneinander und die killen sich gegenseitig. Das ist einfach so genial. Das ist einfach so geil. Vorsichtig, Scherrer. Waren das jetzt alle? Wenn, die müssen gehen wir mit raus. Es waren also nicht alle. Seine eigene Dynamitstange hat ihn in die Hölle geblieben. Ah, jetzt sieht es aus. Gut. So, jetzt kommt ein genialer Ankampf. Freue ich mich schon richtig drauf. Du bekommst ihn. Roger. Bist du okay? Oh, danke. Nehmt ihn. Roger. Oh, ich hab fünf Angranaten. Hey, geil. Okay, wie sehen wir mit dem Roten? Weil ich brauche Platz für die Minen, die jetzt kommen. Weil jetzt kommt ein geiler Bosskampf. Einer der geilsten Bosskämpfe. Ich gebe mit ihm zufrieden. Ich habe den Müll. Ich habe den Müll. Pengen. Lass mich die Musik davon aus. So, ich habe ihn aus. Ich habe ihn bis zum Beispiel. Ich habe ihn. Warum? Oh, told. So, let's go, let's go. So, let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. We should track it between us, out in the rear. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Hey, ja, wie soll ich dir denn helfen, wenn ich auch? Let's go, let's go, let's go. Au. Heilung. Ach, jetzt reicht's aber hier. Ja. Das ist doch ein kleines Viecher hier. Ich bin jetzt endlich runter. Nein, ich bin. Boah, lass mich hier durch. Komm jetzt hier hin. Ja, los. Ah, das Vieh. Oh, Mann. Das nervt manchmal wirklich. Das Vieh sehen wir noch wieder. Ja. Das ist jetzt nicht tot. Das ist jetzt nicht tot. gleiche Szene. Wo wir dann die eine zu verfügen haben. Und das ist das Stand-MG oben auf der, ähm, auf dem Dach des Fahrzeugs. Tschüss. Gut, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Hau rein, Leute. Tschüss. Tschüss. Tschüss.